Hey Kevin, was ist eigentlich die Marine? Die Marine ist eine Teilstreitkraft unserer Bundeswehr. Und zwar sind die Marine, das sind unsere Kräfte, die auf See wirken. Und was macht die Marine? Die Marine schützt zum Beispiel unsere Gebiete auf hoher See davor, dass jemand unbefugt eindringt, zum Beispiel mit Booten oder mit U-Booten. Und wie viele Soldatinnen und Soldaten sind in der Marine? Es sind circa 16.000 Soldatinnen und Soldaten Teil der Marine und diese 16.000 Soldatinnen und Soldaten, die schützen Deutschland.